Da frühstücke ich hier. Da habe ich Tee. Was will ich mehr? Sieht gut aus. So, guck. So ist es jetzt. Oh, da hängt ja ein Bär an der Bann, Leute. So sieht er jetzt aus. So sieht mein süßes Brötchen mit Marmelade an. Gut, aber. Ich mag die Brötchen. Also Leute, ich esse hier Nutella. Hier mit Nutella. So, jetzt mein letztes Brötchen, Leute. Mit. Was gesundes. Das ist mein Endes Stück. So, mein letztes Stück. Das ist ein Ei. Neutella. Ne? Ne? Letztes. Doro. Ne? Kaum einen Speis. Das Eis noch. Wäre das noch flüssig, Leute. See you later, Alligator. Alle sind schon weg. Nur noch eine Familie, noch ihr. Die kommen bestimmt noch runter. Bye-bye.